Ich habe so einen komischen Traum gehabt. Herr Min sage, sie im Leben gehöte und ich bin immer dankbar für sie. Sehr lecker. Warum was ich? Nein, das nehme ich, das mache ich schon. Noch schon. Tschüss. 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 Was machen Sie denn hier? Dann macht es mir meistens Spass, weil dann kann ich irgendwie loslassen und ich bin eh ein eher verkopfter Mensch. Das ist anders als Deutsch und es ist irgendwie heimatlicher als Deutsch, weil es ist irgendwie trotz allem, obwohl es Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat oder gefühlt ist, ist das irgendwo so ein bisschen die Sprache vom Herz. So wie ich jetzt rede, ist eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben. Tôi noch nicht so, wie gerne es kommt? oft neck, ty. Ich glaube nicht. Ich habe mich dazu.